Du fährst mit dem Zug und hörst, wie die Räder gegen die Schienen knallen. Doch plötzlich steigt der Zug an und gewinnt an Höhe. Keiner der Passagiere schreit vor Panik, denn das ist ganz normal. Naja, vielleicht noch nicht, aber bald kann es unsere Realität sein. Die Firma Acker Technologies entwickelt ein solches Projekt. Ihr Ziel ist es, die Reisezeit zu verkürzen und die Reisen bequemer zu gestalten. Heute fährst du zuerst zum Flughafen, checkst ein, gehst durch die Sicherheitskontrolle und das kann schon einige Stunden in Anspruch nehmen. Erst danach steigst du ins Flugzeug ein. Nach dem Landen musst du wieder durch die Sicherheitskontrolle und weiter in die Stadt fahren. Erst dann ist die Reise zu Ende. Du benutzt also mindestens drei verschiedene Verkehrsmittel. Aber mit Link & Fly von Acker Technologies kannst du ganz ohne Umsteigen an deinem Ziel ankommen. Dieser Zug ist genauso groß wie ein Airbus A320. Er ist so lang wie vier Schulbusse und hat Platz für 162 Passagiere. Da er ein Zug ist, kann er auf den U-Bahn-Schienen bis in die Stadtmitte fahren. Wenn du also eine Reise beginnst, musst du nur zur nächsten U-Bahn-Station gehen. Sobald du im Zug sitzt, fährt er dich zum nächstgelegenen Flughafen. Und hier fängt der lustige Teil an. Der Zug hält kurz an, damit die Flügel und Triebwerke angebracht werden. Jetzt hat dein Zug eine Flügelspannweite so groß wie ein Fußballfeld. Die Triebwerke starten, der Zug beschleunigt und hebt ab. Nachdem der fliegende Zug gelandet ist, werden die Flügel wieder abgetrennt. Und dann fährst du schon in die Stadt und zu deinem Ziel. Ganz ohne Umsteigen. Ohne auf ein Taxi warten zu müssen. Und auch hier kannst du an jeder U-Bahn-Station aussteigen. Transformerflieger, die dich direkt in die Stadt fahren können, sind die ferne Zukunft. Im Moment arbeitet die Firma an einer einfacheren Lösung, um die Überlastung der Flughäfen zu verringern. Anstatt ein Flugzeug neben einem Gate parken zu sehen, werden die Fluggäste den Flugzeugrumpf direkt im Flughafengebäude betreten. Der Rumpf wird dann auf die Startbahn rollen und die Flügel mit den Triebwerken sowie das Cockpit mit den Piloten werden angebracht. Und schon ist das Flugzeug bereit zum Abflug. Mit diesem System wird das Einsteigen und Abheben 30 Minuten schneller gehen als bisher. Die Firma hat vor, verschiedene Arten abtrennbarer Rümpfe herzustellen. Für Kurzflüge sollen sie eine Kapazität von etwa 160 Personen haben. Für Langstreckenflüge und Flüge mit höherer Auslastung wird es Doppelstockkabinen geben. VIP-Kabinen können wie Privatjets individuell eingerichtet werden. Und wenn alle Sitze entfernt werden, kann die Kabine als Frachtflieger benutzt werden. Link & Fly hat ein spezielles Sicherheitssystem, falls die Kabine sich während des Flugs von den Flügeln trennt. Drei Fallschirme vorn und drei am hinteren Teil der Kabine sollen automatisch eingesetzt werden. Es gibt auch Bremsraketen, die dabei helfen können, die Geschwindigkeit schnell zu reduzieren. So sinkt der Rumpf langsam und sicher. Einige Sekunden bevor die Kabine den Boden berührt, werden die am Unterteil angebauten Airbags ausgelöst für eine möglichst weiche Landung. Eine andere Möglichkeit, schneller zu reisen, ist der Airbus Pop-Up. Er ist eine Art Taxi, die fahren und fliegen kann. In Zukunft wirst du so ein Taxi mit deinem Tablet, Handy oder sogar deiner Smartbrille bestellen können und warten, bis es kommt. Das Auto selbst besteht aus einer Passagierkabine, die halb so groß ist wie eine moderne Limousine. Es bietet Platz für zwei Personen und hat ein futuristisches Design und Interface. Der zweite Teil ist das Bodenmodul. Es besteht aus dem Fahrgestell und den Rädern, die auf herkömmlichen Straßen fahren. Du steigst in die Kabine ein und dann übernimmt die künstliche Intelligenz die ganze Arbeit für dich. Sie fährt das Auto sicher und bringt dich zu deinem Ziel. Sobald du aus dem Taxi steigst, wird die Kabine mit dem Bodenmodul zur nächsten Ladestation geschickt. Die Ladestationen werden in der ganzen Stadt verteilt sein, sodass du nicht lange auf ein Taxi warten musst. Wenn dein Ziel aber weit weg ist, erwartet dich eine noch interessantere Fahrt. Wie im ersten Fall steigst du in eine Kabine mit Rädern ein. Das Bodenmodul fertigt zum nächsten Startort. Dort wird die Kapsel an das Luftmodul angebracht. Das Ding sieht wie eine Riesendrohne aus. Es hakt die Passagierkapsel ein, fliegt hoch und trennt die Kapsel vom Bodenmodul. Jetzt ist es ein fliegendes Taxi. Du kannst die schöne Stadtlandschaft von oben genießen. Dann landest du auf einer speziellen Plattform. Die Kabine wird wieder an ein Bodenmodul angeschlossen und du fährst weiter zu deinem Ziel, während das Luftmodul für die nächste Reise geladen wird. Raketen könnten eine weitere Revolution im Langstreckenverkehr sein. Zurzeit werden sie nur benutzt, um ins All zu fliegen. Doch in der Zukunft können sie Flugzeuge komplett ersetzen. Nehmen wir mal an, du reist von New York nach Shanghai auf die andere Seite des Planeten. Die Abschussrampe der Kabine kann auf dem Wasser sein, irgendwo in der Lower Bay. Du nimmst eine Fähre, die dich zur Rakete bringt. Dort angekommen, nimmst du zusammen mit anderen Passagieren Platz. Countdown, Zündung! Die Rakete startet und erreicht das All. Sie fliegt jetzt etwa 27.000 Kilometer pro Stunde. In der Umlaufbahn angekommen, dockt der Abschussteil von der Passagierrakete ab und kehrt zurück zur Ladestation. Dort wird er aufgetankt und für den nächsten Start vorbereitet. Jetzt fliegt die Passagierrakete mit ihrem eigenen Triebwerk um die Erde. Sie tritt wieder in die Atmosphäre ein und landet auf einer Plattform auf dem Wasser in der Nähe von Shanghai. Dieser Flug dauert nur 39 Minuten, gegen 15 Stunden, die ein normaler Flug braucht. Doch solche Reisen haben einen Nachteil. Eine Rakete macht viel mehr Lärm. Deshalb müssen die Landeplattformen weit von den Städten entfernt sein. Dadurch verlängert sich die Reisezeit. Das andere Problem ist die G-Kraft. Wenn man auf dem Boden steht, spürt man 1 G. Wenn man in einem normalen Flugzeug abhebt, spürt man etwa 1,5 G. Aber wenn man in einer Rakete fliegt, ist die G-Kraft, die du erfährst, doppelt so stark. Und wenn sie 5 G erreicht, wird man ohnmächtig. Zurück auf den Boden. 2010 lag der Weltbestand an Autos bei über einer Milliarde. Und bis 2030 wird sich ihre Anzahl voraussichtlich verdoppeln. Wir müssen also gegen die ständigen Staus auf den Straßen ankämpfen. Der Elevated Bus könnte eine großartige Lösung sein. Das Ding sieht gar nicht wie ein Bus aus. Er ist zweispurig und kann aus mehreren Wagen bestehen. Solch ein Bus kann bei maximaler Auslastung bis zu 1200 Fahrgäste befördern. Und er soll auf üblichen Straßen fahren. Die Straßen seiner Route entlang müssen mit Schienen auf beiden Seiten ausgestattet werden. Der Elevated Bus wird sich etwa 2 Meter über der Straße bewegen. Das kann man mit einer Fahrt in der oberen Etage eines Doppeldeckbusses in London vergleichen. Und er wird den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen. Normale Autos werden dort weiterhin fahren können. Der Elevated Bus wird voll elektrisch sein und mit Autopilot fahren. Sein Dach wird eine große, vollständig mit Solarmodulen bedeckte Fläche haben. An bewölkten Tagen wird er direkt von den Schienen mit Strom versorgt. Die unglaublichste Technologie zum Transport von Dingen und Menschen könnte die Teleportation sein. Leider werden wir in näher Zukunft keine Teleportationsmaschine sehen. Aber wir werden in der Lage sein, perfekte selbstfahrende Autos mit Autopiloten auf der Straße und in der Luft zu fahren. Wir werden auch fliegende Motorräder reiten und einen Vakuumzug nehmen, um in nur wenigen Minuten von New York nach Los Angeles zu gelangen. Also, beginnen wir mit selbstfahrenden Autos. Das Funktionsprinzip fast aller solcher Fahrzeuge ist das gleiche. Das Auto verfügt über Kameras und Sensoren, hochpräzise Karten und Radare, die die Situation auf der Straße scannen. Ein gemeinsames System vereint solche Maschinen. Jede von ihnen weiß, wo die anderen sind. Und dies verhindert Unfälle oder Verkehrsstaus. Natürlich sind heute Autopilotautos nicht so beeindruckend. Viele Leute fahren sie. Aber stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn alle Fahrzeuge auf der Erde durch künstliche Intelligenz vereint werden. Die Menschen werden Verkehrsstaus für immer vergessen. Computer werden gefährliche Situationen vorhersagen und verhindern. Aber was werden die Menschen unterwegs tun, wenn sie keine Autos fahren? Die Entwickler werden sich auf die Unterhaltung der Passagiere konzentrieren. Das Auto wird in der Lage sein, Ihnen die genaue Zeit der Reise zu nennen. Müssen Sie pünktlich um 12 Uhr ankommen? Okay. Das Auto kann absichtlich langsamer fahren oder seine Geschwindigkeit erhöhen. Es wird sich in einen echten elektronischen Assistenten verwandeln. Sie können eine Besprechung abhalten, Essen bestellen und einen Film mithilfe der Sprachsteuerung auswählen. Der Fahrersitz hat ein Minikino, eine Spielkonsole oder einen Minikühlschrank. Menschen, die gerne mit Fahrern kommunizieren, werden in der Lage sein, mit fortgeschrittener künstlicher Intelligenz zu sprechen. Aber natürlich wird es auch Probleme geben. Das Hauptproblem wird die übermäßige Korrektheit des Fahrens sein. Wissenschaftler und Entwickler arbeiten daran, Maschinen zu humanisieren. Hier ist ein Beispiel. Nehmen wir an, das Auto fährt auf einer belebten Straße und bemerkt einen Mann, der am Straßenrand steht. Das interne System des Autos analysiert schnell die Situation und entscheidet, dass die Person auf die Straße treten will. Die einzige Reaktion des Computers besteht darin, anzuhalten. Das Auto verlangsamt sich. Ein weiteres Auto hält dahinter an. Das erste Fahrzeug hat eine gefährliche Situation und einen Verkehrsstau verursacht. Und der Mann hatte nicht einmal vor, die Straße zu überqueren. Er stand nur da und wartete auf seinen Freund. Um dieses Problem zu bewältigen, haben die Entwickler einiger Unternehmen ihre Autos mit einer Stimme ausgestattet. Das heißt, sie haben sie darauf trainiert zu hupen. In einer problematischen Situation wird ein solches Fahrzeug die Hupe drücken wie ein wütender Fahrer. Aber das Auto kann sich verlangsamen, wenn ein Vogel vorbeifliegt. Kein Hubsignal wird sie hier retten. Einerseits ist der menschliche Faktor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Andererseits kann eine Person eine Situation viel besser analysieren und die richtige Lösung wählen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Maschine im Autopilotenmodus anhält, um einen Anhalter am Straßenrand aufzunehmen. Vielleicht hat dieser Kerl Probleme und muss dringend diesen Ort verlassen. Oder vielleicht wurde er von einer Schlange gebissen und muss ins Krankenhaus. Der Computer kann das nicht wissen. Aber eine freundliche Person am Steuer wird anhalten und Hilfe anbieten. Selbst wenn die Welt den Verkehrsstaus ein Ende setzt, werden die Menschen nach etwas Höherem streben. Ob auf der Straße oder in der Luft. Viele Ingenieure glauben, dass autonome fliegende Taxis und Busse die Zukunft des Verkehrs sind. Aber schwerkraftbetriebene Flüge werden in der fernen Zukunft auftauchen. Solche Maschinen werden nach dem Prinzip eines Hubschraubers arbeiten. Sie werden elegante kleine Hubschrauber sein. Ausgestattet mit Autopilot. Uber und andere Unternehmen investieren in solche Technologien und sie werden sie vielleicht bald nutzen können. Nehmen wir an, sie sind zu spät für irgendein Ereignis. Sie öffnen die App und buchen den nächstgelegenen Hubschrauber. Als nächstes gehen sie auf das Dach, wo viele Flugzeuge geparkt sind. Dann bringt sie ihr Pilot zum Parkplatz ihres Ziels. Und von dort erreichen sie schnell den Ort, den sie benötigen. Und stellen sie sich das Gleiche vor, aber für viele Menschen auf einmal. Sie kommen an einem speziellen Bahnhof an und steigen in einen großen Bus mit Flügeln. Dieser hebt ab und folgt einer langen Route, die sie und andere Passagiere in eine andere Stadt bringt. Und was wäre, wenn solche Riesenbusse sie ins All bringen könnten? Nicht nur Autos werden Propeller haben, sondern auch Motorräder. Es gibt bereits Hoverbikes, die für einen Passagier konzipiert sind. Man setzt einen Helm auf und setzt sich auf ein kleines Gerät. Im Jahr 2025 werden sie solche Fahrräder für 50.000 Dollar kaufen können. Im Gegensatz zu fliegenden Autos können Hoverbikes nicht in eine große Höhe abheben oder hohe Geschwindigkeiten erreichen. Aber in der Zukunft wird sich diese Technologie weiterentwickeln. Lufttaxis und Autopilotautos funktionieren nur in der Luft oder auf glatten Straßen. Aber was ist, wenn sie ein Gebiet mit bergiger Landschaft oder Sümpfen überqueren müssen? Für solche Offroad-Bereiche hat Hyundai das coolste SUV entwickelt. Anstelle von Rädern hat es Beine. Dieses gehende Fahrzeug bewältigt schwierige Abschnitte und tut dies mit maximalem Komfort. Jedes Bein hat Knie und kann sich biegen. Es bringt sie zu einem hohen Hügel oder sogar an die Spitze eines Vulkans. Bald müssen sie nicht mehr einkaufen gehen, denn die Geschäfte kommen zu ihnen. Toyota hat bereits ein ungewöhnliches Auto geschaffen, das sie in einen Laden mit beliebigen Waren verwandeln können. Kleidung, Lebensmittel, Spielzeug, Schmuck, was auch immer. Solche Fahrzeuge sollten die Lieferdienste verbessern und den Menschen auf Reisen mehr Komfort bieten. Schon heute tummeln sich jeden Monat rund 400 Millionen Menschen in virtuellen Welten. Das klingt nicht nach wirklich viel, aber hey, ich sitze auch auf der anderen Seite deines Bildschirms. Jedenfalls ist die Science-Fiction-Zukunft, auf die wir so lange gewartet haben, längst da. Und die Technik soll uns nicht nur Spaß machen, sondern auch das Leben erleichtern. Das beweisen diese Erfindungen. Also mach dich bereit, ich nehme dich mit in die nahe Zukunft und zeige dir, wie sie bald aussehen könnte. Du stehst morgens auf und gehst in die Küche direkt zu deinem intelligenten Kühlschrank. Die größten Technologie- und Haushaltsgerätehersteller der Welt arbeiten seit einiger Zeit daran, Kühlschränke mit unglaublichen Funktionen zu entwickeln. Diese Geräte können den Inhalt scannen und erkennen, welche Lebensmittel langsam zur Neige gehen. Die eingebauten Touchscreens bieten eine Vielzahl von Informationen wie zum Beispiel den Tagesplan oder eine Diashow mit Familienfotos. Wie andere drahtlose Geräte, die du besitzt, kannst du sie mit dem WLAN in deinem Haus verbinden. Sobald sie mit dem Internet verbunden sind, können sie mit anderen vernetzten Geräten in deinem Haus kommunizieren. Auf diese Weise kannst du sogar die Fernsehsendung, die du gerade im Wohnzimmer schaust, auf den Touchscreen deines intelligenten Kühlschranks übertragen, damit du nichts Wichtiges verpasst. Das Display informiert dich auch darüber, wann du bestimmte Artikel nachbestellen solltest und es schlägt dir Rezepte vor, die auf den Zutaten basieren, die sich bereits in deinem Kühlschrank befinden. Neue und verbesserte Kühlschränke nutzen ein System, das auf Strichcodes oder RFID-Etiketten auf Lebensmittelverpackungen basiert, die bereits von Lebensmittelherstellern für die Lagerung und den Versand verwendet werden. Durch Scannen der Etiketten oder Strichcodes kann der Kühlschrank das Haltbarkeitsdatum und andere Details der Lebensmittel verfolgen und so einen genauen Überblick behalten. Ein solcher Kühlschrank, der sogar eine Einkaufsliste erstellen kann, kostet zwischen 2000 und 5000 Dollar. Wenn die Kaffeesahne zur Neige geht, warnt dich dein intelligenter Kühlschrank und zeigt dir an, dass es Zeit zum Einkaufen ist. Aber keine Sorge, zum Einkaufen brauchst du weder Bargeld noch Kreditkarte. Und das dank der Möglichkeit, sich winzige Mikrochips in die Hand implantieren zu lassen. Aber nicht zu euphorisch werden, so ein Chip macht dich nicht zum coolen Cyborg oder so. Diese Chip-Technologie, die bereits in digitalen Hausschlüsseln, E-Tickets und Bankkarten zum Einsatz kommt, ermöglicht es diese, sobald sie einmal implantiert ist, mit all deinen Online-Konten zu verknüpfen. So kannst du mit einem Handgriff deine Haustür öffnen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder einkaufen gehen. Wenn du dann nach Hause kommst und deinen Kaffee mit veganer Sahne trinkst, musst du dir dank des Cyber-Kochs auch gar keine Sorgen mehr darüber machen, was du isst. Du kannst dich stattdessen einfach zurücklehnen und deinen Kaffee genießen. Im Jahr 2015 hat eine Robotik-Firma eine neue Erfindung vorgestellt. Einen Roboter, der mit riesigen Händen Essen zubereitet. Dieser Meisterkoch ist bereits mit tausenden von Rezepten von Spitzenköchen vorprogrammiert, sodass du nicht mehr googeln musst, wie man die perfekte Kuchenkruste macht. Der Roboter namens Moly kann alles vom Schütteln bis zum Rühren, aber leider nicht die Zutaten für die Rezepte, die er zubereiten soll. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen habe, aber es ist keine gute Idee, einem Roboter ein Messer in die Hand zu drücken. Aber wenn man ihm die Zutaten in speziellen Behältern zur Verfügung stellt, kann er wenigstens sehen, welche er nehmen muss. Und wenn das Essen fertig ist, räumt Moly sogar den Tisch ab. Endlich hast du einen eigenen Tischabräumer. Moly kann seine Rezepte nach deinen Ernährungsvorlieben und Kalorienvorgaben planen und anpassen. Außerdem kannst du über den Touchscreen einige Rezepte hinzufügen, die Moly dann genau für dich kocht. Sogar den Lieblingsauflauf deiner Oma. Allerdings kostet Moly stolze 340.000 Dollar, was dich vielleicht darüber nachdenken lässt, ob du für das gleiche Geld nicht einen persönlichen Koch engagieren könntest, der sogar die Zutaten für dich zubereitet. So, und als die Uhr 12 schlägt, erhältst du eine SMS von deiner Mutter. Sie erinnert dich daran, dass sie in einer Stunde zu Besuch kommt. Oh oh, das hast du total vergessen. Du schaust dich um und stellst fest, dass du schon sehr lange nicht mehr geputzt hast und du willst nicht, dass sie das Chaos sieht. Super-Anzüge können hier sehr hilfreich sein. Ein Beispiel ist der Guardian XO, ein mechanisches, batteriebetriebenes Ganzkörper-Exoskelett. Das schneller und stärker macht. Es nutzt Elektromotoren und 120 hochmoderne, ultrapräzise Körpersensoren, um menschliche Intelligenz, Instinkt und Urteilsvermögen mit der Ausdauer und Präzision von Maschinen zu verbinden. Er steigert deine Kraft und ermöglicht es dir, ein Gewicht von bis zu 90 Kilogramm zu heben, als würdest du eine Feder anheben, ohne in deinen Bewegungen eingeschränkt zu sein. So kannst du schnell und einfach unter dem Sofa, dem Bett oder dem schicken Kühlschrank aufräumen, bevor deine Mutter kommt. Das nenne ich mal Produktivität. Aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Der Guardian XO kann keine Busse stoppen wie Superman oder über die Wolkenkratzer springen wie Neo. Er kann nicht die Welt retten, aber er kann dir das Leben leichter machen, wenn du in ein neues Haus ziehst. Er kann nicht die Welt sein, wenn du in ein neues Haus ziehst.